Heute springen wir direkt rein und ich zeige dir, wie du solche Posts auflinkt in erstellen kannst. Und vor allem zeige ich dir, welcher eine Erfolgsfaktor dafür gesorgt hat, dass ich wirklich meine Reichweite in den letzten 90 Tagen auf über 500.000 Impressionen gebracht habe und gegenüber den letzten 90 Tagen auch fast verdoppelt habe. Und das Verrückte dabei ist, dass ich mich wirklich bei den letzten 10 Posts eigentlich nur auf einen Erfolgsfaktor konzentriert habe. Und welcher das ist, verrate ich dir jetzt im Laufe des Videos. Denn tatsächlich werden wir meine besten 10 Posts jetzt gemeinsam durchgehen und ich zeige dir ganz genau, was ich dort erstellt habe. Und wir fangen mal an mit diesem Post, mit dem ich wirklich dieses Jahr gestartet bin, der direkt eingeschlagen ist hier auf LinkedIn. Und tatsächlich der Erfolgsfaktor Nummer 1, auf den ich mich in den letzten Wochen extrem konzentriert habe, ist die sogenannte Headline. Das bedeutet die Überschrift deines Posts. Denn tatsächlich ist das meiner Meinung nach der Erfolgsfaktor, der 80% ausmacht, sodass man sich mit dieser Headline doch ein paar Minuten am Ende beschäftigen sollte. Und tatsächlich gute Copywriter, Werbetexter sagen, wenn sie eine Stunde Zeit haben, um einen Artikel zu schreiben, würden sie 40 Minuten verbringen, die richtige Headline zu entwickeln und 20 Minuten mit dem Inhalt des Textes. Weil am Ende bringt es dir nichts, wenn du den besten Text der Welt hast oder den besten Post hast für LinkedIn, aber keiner stehen bleibt oder stoppt im Feed, die Headline liest und weiterlesen will. Was habe ich hier getan? Am Ende spiele ich hier ein Stück weit mit etwas, was gegensätzlich zu dem ist, was im Alltag passiert. Die meisten Leute hängen 2, 3 Stunden, 4 Stunden an ihrem Handy jeden Tag. Ich habe selbst dazugehört. Sodass es natürlich ein Extrem ist, womit ich hier die Headline sozusagen ausgelöst habe. Und zwar gesagt habe, verrückt, Doppelpunkt, verrückte Sachen wecken per se eigentlich immer Neugierde von Leuten und aber eine ganz coole Aussage, mittlerweile ist mein Handy komplett überflüssig. Und das weckt natürlich extreme Neugierde, weil die Leute sagen, hey, was ist da passiert, was erzählt der Typ da, lass mal weiterlesen. Gleichzeitig kommt dazu, ist ein relativ breites Thema, Produktivität interessiert verdammt viele Menschen und das ist auch der Grund, warum dieser Post am Ende extrem gut funktioniert hat und zu über 66.000 Ansichten geführt hat. Springen wir mal in den nächsten Post rein und zwar, wo ich dachte, dass er noch weiter geht als den, den ich eben vorgestellt habe und zwar 55.000 Ansichten, was extrem gut ist und glaube ich auch der erste Post war, den ich dieses Jahr abgesetzt habe, war mit der Überschrift oder sagen wir so, bevor ich dir die Headline verrate, ist, womit starten alle in das neue Jahr? Natürlich, dass sie ihre Ziele erreicht haben, vielleicht wie großartig 2022 war, welche Learnings sie hatten und man will natürlich irgendwie mit einem anderen Winkel kommen, was man jetzt nicht jeden Tag liest. Weil wenn ich jetzt der Nächste gewesen wäre, der auch erzählt hatte, wie toll 2022 war oder was ich alles gelernt habe, hätten die Leute gesagt, boring. Und deshalb dachte ich mir, muss ich mit was anderem kommen und habe meinen ganz anderen Ansatz gewählt und zwar tatsächlich, Geständnis, Doppelpunkt und du siehst, diese kleinen kurzen Intros machen schon einen Unterschied. Ich habe alle meine Ziele 2022 verfehlt. Und das ist nicht mal gelogen, denn tatsächlich habe ich ein Jahr vorher relativ ambitionierten Posts hier auf LinkedIn abgesetzt und gesagt, was ich alles vorhabe, dass ich den Jahresumsatz verdoppeln will, dass ich einen Ultramarathon laufen will, dass ich, was will ich noch machen, Spanisch lernen wollte. Und all diese Sachen habe ich tatsächlich im letzten Jahr verfehlt. Und ich glaube, diese Headline triggert zum einen Geständnis, dass etwas, wo die Leute auf jeden Fall weiterlesen und etwas, dass jemand seine Ziele verfehlt hat und Schwäche zeigt, liest man tatsächlich extrem selten. Und das ist auch der Grund meiner Meinung nach, warum viele Leute weitergelesen haben. Dass Leute offen darüber sprechen, dass sie ihre Ziele verfehlt haben, ist wirklich sehr, sehr selten. Und gleichzeitig geht man trotzdem ein Stück weit als Sieger raus, weil man natürlich auch in dem Fall recht ambitionierte Ziele irgendwie gesetzt hat und ich mich damit wohlgefühlt habe. Aber am Ende war es ein cooler Winkel und meiner Meinung nach ein cooler Startschuss, auch so ein bisschen den Leuten zu zeigen, dass nicht alle irgendwie, keine Ahnung, wie Superman irgendwie auf LinkedIn unterwegs sind, sondern das sehr gut am Ende funktioniert hat. Springen wir mal in den nächsten rein. Und zwar ist ganz cool, über 30.000 Ansichten mit einem Thema, was relativ, ja, doch nicht breit ist, aber recht nischig ist, und zwar das Thema Lesen. Und das ist vielleicht etwas, wie verpackt man es, dass man gerne Sachbücher liest, ohne dass die Leute sagen, ja, das hört sich irgendwie ein bisschen langweilig an. Worauf bin ich gekommen? Und ich merke, dass ich hier so ein kleines Intro bei fast allen Headlines so gemacht habe, was so ein bisschen Neugierde weckt. Tatsächlich hier weckt es das Wort Challenge, weil ich glaube, viele Leute das Wort Challenge einfach lieben oder Challenges lieben. Und deshalb dachte ich mir, mache ich einen so ein bisschen drüber, was auch wieder ein bisschen extrem ist. Du merkst, so Posts, die ein bisschen ins Extreme gehen, funktionieren einfach besser. Wenn ich jetzt gesagt hätte, meine Challenge 223, ich lese sechs Sachbücher, hätte jeder gesagt, ja, come on, das kriege ich auch gerade noch hin. Aber tatsächlich lese ich gerade ein Buch pro Woche, funktioniert wunderbar. Und deshalb dachte ich mir, starte ich mit diesem Titel. Und das war auch wieder so, ha, hm, locken natürlich alle Leute raus. Und ein Punkt, der da drin ist, ist Gemeinsamkeiten. Und das bedeutet, das willst du auch mit deiner Zielgruppe hinbekommen. Und das ist auch das erste Mal so, wo es jetzt um Gemeinsamkeiten geht, dass ich gerne Sachbücher lese und darüber natürlich genau Leute anziehe, die auch gerne Sachbücher lesen. Und das auch potenziell Leute sind, mit denen ich natürlich gerne zusammenarbeiten möchte. Springen wir mal in den nächsten rein. Und zwar fast 26, nee, 27.000 Ansichten. Und hier ist mal ein ganz cooler Ansatz gelungen, meiner Meinung nach, was man auch nicht inflationär nutzen darf, aber ganz klar einfach mit der Neugierde gespielt. Ja, also meine Frau hatte mal wieder recht. Ich glaube, jeder Mann kennt diesen Satz, dass die Freundin oder die Frau recht hatte, ja, mit dem, was sie einem gesagt hat. Und insofern glaube ich, haben sich viele Männer so, ja, womit hatte sie recht? Viele Frauen haben sich mal wieder so bestätigt gefühlt. Ja, das sage ich meinem Mann oder meinem Freund auch immer. Und es weckt natürlich die Neugierde, wobei hatte sie recht, ne? Es bedeutet, so eine Headline, die wirklich rein Neugierde wecken, kann man regelmäßig immer mal einstreuen. Man muss natürlich dann auch im Post liefern. Aber es war spannend zu sehen. Und ich glaube, hier wirklich 80% des Erfolgs war natürlich die Headline, als auch natürlich Rio nicht zu unterschätzen hier an dieser Stelle und Farina, ne? Aber es war cool zu sehen, dass das soweit am Ende funktioniert. Und ich glaube, ein großer Teil des Erfolgs ist tatsächlich hier die Headline. Springen wir mal in den nächsten rein. Und zwar auch 26.000 Ansichten. Und das ist tatsächlich ein relativ cooler, meiner Meinung nach, weil er auch schon so ein bisschen rausgibt, auch so ein bisschen in diese Produktivitätsrichtung geht. Und das ist tatsächlich auch etwas, wenn du irgendwie selbstständig bist oder unternehmerisch aktiv bist, auch so ein bisschen Posts einfach über Produktivität zu machen, weil es ein bisschen breiter ist und mehr Menschen anspricht. Und deshalb habe ich dieses selber einfach Selbstexperiment erklärt, den Leuten auch relativ kurz, was es ist, ne? Und dann habe ich einfach gesagt, keine Meetings mehr vor 13 Uhr. Und ich glaube, dass wieder so ein kleiner Produktivitätstrick, den den Läuften hilft, mir gleichzeitig unglaublich geholfen hat, weil ich wirklich alle Meetings rausgeschmissen habe vor 13 Uhr und super viel Zeit dadurch gewonnen habe. Und das ist, glaube ich, auch am Ende der Grund, warum dieser Post so geflogen ist. Kommen wir zum nächsten 24.000 Ansichten. Und hier ist ein super spannender Winkel, meiner Meinung nach eine ganz spannende Dimension für eine Headline, weil es ein ganz anderes Thema ist. Keine Neugierde wird da geweckt, sondern es ist so ein zustimmendes Statement. Das bedeutet, ich habe mich nicht für das Geld selbstständig gemacht, sondern für die Freiheit. Und das Coole bei diesen Statements ist, dass es bestenfalls genau deine Zielgruppe anspricht. Also deine Zielgruppe und ich weiß, meine Zielgruppe spricht es an. Da geht es nicht darum, was weiß ich, die Rolex zu tragen oder irgendwie den Porsche zu fahren, sondern es geht darum, wirklich sich seinen Alltag einzuteilen, vielleicht von Spanien aus arbeiten zu können, einen flexiblen Alltag zu haben. All solche Sachen sind uns am Ende viel wichtiger, sodass diese Statements am Ende auch dafür sorgt, dass die Leute diesen Beitrag liken, bevor sie ihn überhaupt gelesen haben. Und das ist ein ganz cooler Effekt, weil sie einfach diesem Statement hier zustimmen. Und das kann man sich immer mal wieder zu Gebrauch machen, dass man einfach so ein Statement sozusagen in die Headline packt und die Leute zustimmen und bestenfalls deine Zielgruppe zustimmt. Also die Rolex-Träger und die Porsche-Fahrer werden sagen, ey, ich habe mir für die Kone natürlich selbstständig gemacht, die locke ich damit natürlich nicht hervor. Perfekt. Nächster Punkt ist Slideshow. Tatsächlich in den letzten Wochen immer mehr Experimente damit gemacht und werde auch in den nächsten Wochen berichten, wie gut das funktioniert hat. Was ich krass fand, dass es wirklich fast auf 20.000 Ansichten gegangen ist, zumal es ja wirklich ein sehr fachliches Thema ist. Also LinkedIn-Marketing interessiert jetzt nicht jeden, aber am Ende glaube ich auch hier Headline super wichtig gewesen, warum deine Reichweite auf LinkedIn sinkt oder stagniert. Weil natürlich viele, und du vielleicht auch heute in diesem Video gelandet bist, weil deine Reichweite stagniert oder nicht mehr wird. Und das natürlich auch, wird da klassisch Neugierde geweckt für ein Problem, was meine Zielgruppe am Ende hat. Und das bedeutet, man hätte natürlich auch sowas machen können, was weiß ich, die fünf größten Content-Fehler auf LinkedIn, funktioniert auch als Headline, aber ich dachte mir, dieses Problem wirklich anzusprechen, die Reichweite sinkt oder stagniert, ist hier nochmal viel, viel besser. Kommen wir zum nächsten Post. Auch wieder ein Statement-Post. Relativ gut funktioniert, fast 20.000 Ansichten und zwar, Remote Work sollte der Standard in jeder Firma werden. Natürlich ein bisschen auch extrem. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass der noch weiter geht, weil natürlich alle Leute, die Remote arbeiten, zustimmen sollten, dass das der Standard werden sollte. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich leider noch nicht so verbreitet ist in der deutschen Wirtschaft, wie man immer denkt. Insofern, aber ansonsten war das sehr spannend zu sehen, dass der auch immerhin zu 20.000 irgendwie führt. Und es zeigt auch dich, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, von irgendwo anders aus arbeitest, natürlich auch einen Post, den du absetzen kannst. Und mal nicht, was extrem fachlich ist, und du extrem viele Menschen darüber erreichen kannst. Kommen wir zum nächsten. Total spannend, muss ich sagen. Fast, ja, 17.000 Ansichten. Und hier habe ich, ich habe das Gefühl, diese kleinen Intros sind wirklich ganz hilfreich. Vielleicht kurz zum Emoji. Meiner Meinung nach auch eine gute Möglichkeit, um einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. mache ich tatsächlich bei jeder Headline, würde ich dir auch empfehlen, weil es einfach noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, als nur ein Text. Hier Doppelpunkt, Traum erfüllt, ist auch etwas, wo Leute einfach hängen bleiben, wenn sich Menschen irgendwie Träume erfüllen. Träume sind etwas Großes im Leben, und das ist auch der Grund, warum das natürlich funktioniert. Wie ich mein digitales Unternehmen mit vier Stunden pro Woche, pro Tag führe. Pro Woche noch nicht, aber pro Tag. War tatsächlich Hintergrund, was ich die Vier-Stunden-Woche vor ein paar Jahren gelesen habe. Und tatsächlich auch der Schritt gewesen ist, warum ich mich selbstständig gemacht habe und mich irgendwann entschieden habe, wirklich ein Unternehmen aufzubauen, Mitarbeiter einzustellen, weil ich wirklich dieses unabhängig von der eigenen Zeit hinbekommen wollte. Und deshalb hat diese Headline, glaube ich, auch funktioniert, weil es genau meiner Zielgruppe aus der Seele spricht, die auch von, was weiß ich, in Spanien überwintern wollen und auch bestenfalls das operative Geschäft an jemanden abgeben, sei es auch nur an einen Vollzeit-Mitarbeiter oder so. Und deshalb hat diese Headline, glaube ich, immens gut funktioniert. Kommen wir zum vorletzten Post und der ist meiner Meinung nach richtig interessant und ich hätte nie gedacht, dass der so weit geht mit 15.000 Impressionen, weil ich hier auch wirklich wieder blanke, oder ich zeige dir noch nicht die Headline. Und zwar, du siehst hier, worum es geht. Es geht um ein Vision Board. Aber wie verpackt man sozusagen einen Post zu einem Vision Board, was ja per se eigentlich relativ, ich will nicht sagen, langweilig ist, aber jeder hat, glaube ich, gehört, dass man ein Vision Board braucht oder dass man das machen sollte. Und deshalb hätte ich irgendwie Vision Board in die Headline gepackt, hätte jeder gesagt, ja, okay, es geht um Vision Board, lese ich nicht weiter. Und deshalb habe ich gemacht, ey, ich muss irgendwas in einen anderen Winkel machen und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, bei der Mastermind in Barcelona, wo ich war, hatten alle so ein Vision Board, bloß ich nicht. Und das fühlte sich halt so ein bisschen nackt an, wenn man da eine Portion, eine Prise Sex mit in die Headline reinpackt, kann das auch immer nicht schaden an dieser Stelle, kein neuer Trick in der Vermarktung. Und insofern habe ich diese Simple Headline genommen, ich habe mich noch nie so nackt gefühlt. Und natürlich funktioniert das am Ende gut, dass auch so ein recht trockenes Thema, weil ich meine, ein Vision Board ist jetzt nichts, was man irgendjemanden hinterm Ofen hervorzaubert, so verdammt gut funktioniert. Das bedeutet auch, der Winkel Neugierde hier extrem gut. Und dann am Ende, nächster Post, relativ spannend, hier siehst du, dass ich auch mich einfach guten Winkeln, und deshalb habe ich diesen Post hier auch heute mitgenommen, nochmal bediene. Und das tatsächlich, das eine war glaube ich zwei Monate her, das andere ein paar Wochen her, dass man das auch ohne Probleme, wenn man einen guten Winkel gefunden hat, recyceln kann und sich damit wohlfühlen kann. Und du siehst hier, das Ding hatte glaube ich fast 15.000 Ansichten. Wo hatte ich es noch? Hier weiter vorne glaube ich. Oder hier muss es gewesen sein. Hier, hier, hier. 15.000, 26.000. Also das bedeutet, krasse Reichweiten mit genau der gleichen Headline und es ist wirklich relativ ähnlich unterwegs gewesen. Und das bedeutet, wenn du eine gute Headline gefunden hast, nutzt sie auch wirklich zwei, drei Monate später nochmal. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Einblick geben konnte. Und zwar eine Ressource möchte ich dir noch mitgeben. Die Link findest du in der Podcast-Beschreibung oder auch in der YouTube-Beschreibung und zwar unsere Headline-Formeln. Hier findest du wirklich Beispiele und Hinweise, was gute Headline auszeichnen. Und vor allem findest du hier nochmal weitere Posts drin. Und zwar erkläre ich hier auch diese Posts nochmal im Detail, was ich dort tue. Du kannst dir alle Posts auch nochmal in Ruhe angucken. Du kannst wirklich auf jeden draufklicken und dir nochmal angucken. Zum Beispiel hier, der war auch ganz spannend. Vier Tage Woche, 70.000 Ansichten. Seit Dezember arbeite ich nur noch vier Tage die Woche. Ja, unglaublich gut funktioniert. Und zusätzlich natürlich unsere beliebte Algorithmus-Checkliste. Das ist tatsächlich etwas, wo man die handwerklichen Fehler nochmal ein Stück weit verbessern kann. Und das bedeutet, wenn du wirklich Reichweite nach oben bekommen willst, lad dir die beiden Sachen runter. Links findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt drücke ich dir die Daumen für deinen nächsten viralen Post. Lass mich mal wissen, wie erfolgreich dein letzter Post war. Schreib es gerne in die YouTube-Kommentare. Und das Verrückte ist, du weißt selber, wenn man die Headline beherrscht, ist es natürlich nicht alles. Du hast natürlich gesehen, dass alle meine Posten einer gewissen Formel sozusagen folgen. Und wenn du da in die Tiefe wirklich einsteigen willst und wissen willst, wie ich meine Posts komplett sozusagen aufbaue und wie ich es am Ende auch schaffe, die zu 10.000 und mehr Ansichten zu bringen, dann sieh dir jetzt unbedingt das Video hier an. Da ist am Ende alles drin, was du dafür brauchst. Und wenn du das angesehen hast, dann weißt du wirklich ultimativ, worauf es beim Thema Reichweite auf LinkedIn ankommt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit mit den ganzen Sachen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.